Die Künstliche Intelligenz begleitet mich schon seit meinen Studienjahren und was mich dort besonders interessiert ist, dass sie sich seit 60 Jahren extrem schwierigen Problemen widmet, nämlich den Problemen, wie menschliche Intelligenz durch Maschinen abbildbar ist. Dort haben wir in den letzten 60 Jahren riesen Erfolge gefeiert, insbesondere in den letzten 20 auch und ich bin sehr gespannt, was die nächsten 20 Jahre bringen. In diesem Modul werden wir uns mit Techniken der Künstlichen Intelligenz für den Handel beschäftigen. Das sind insbesondere Empfehlungssysteme, wo wir die Grundlagen uns anschauen werden, aber wir werden auch über Robotik auf der Fläche, stationären Fläche und im Lager sprechen und insbesondere auch über die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Robotern. Mathematik und Statistik spielt in der Künstlichen Intelligenz eine große Rolle. Es findet auch zunehmend Einzug in das Informatik-Curriculum an den Universitäten. Da ist zum einen die deskriptive Statistik zu nennen, also ganz allgemeine statistische Grundlagen, aber auch die Wahrscheinlichkeitstheorie und vermehrt jetzt auch für das maschinelle Lernen Registionsmodelle, die Vorhersagen machen können und Fehler abschätzen können. Tatsächlich ist es so, dass man ein gewisses Grundverständnis schon mitbringen sollte. Allerdings ist es so, man muss kein abgeschlossenes Mathematikstudium haben, auch kein abgeschlossenes Informatikstudium, um die Methoden anzuwenden. Viele dieser Methodensätze kommen gut gekapselt und auf Anwendungsfälle spezialisiert zum Anwender und können entsprechend auch benutzt werden. Künstliche Intelligenz wird inzwischen in vielen Bereichen eingesetzt. Am bekanntesten ist vermutlich der Bereich Online-Vertrieb, Handel. Man kennt das über Empfehlungssysteme. Das bedeutet, Verbrauchern werden Produkte empfohlen, die ähnliche Verbraucher mit ähnlichen Interessen selbst gewählt haben. Da stecken also KI-Systeme dahinter. Im Vertrieb spielt das auch eine große Rolle, insbesondere Vertriebsunterstützung. Zur Visualisierung werden Augmented Reality-Systeme eingesetzt, zum Beispiel bei Herstellern von Treppenlifts. Da kann man dann direkt sehen, wie der Lift im eigenen Treppenhaus aussieht zum Beispiel. Empfehlungssysteme basieren auf Korrelationen. Das bedeutet, auf Zusammenhängen zwischen Kaufentscheidung und Bewertung. Das bedeutet, wenn Produkte gut bewertet werden und diese von Kunden häufig gekauft werden, dann steigen diese auch in der Relevanz für andere Kunden. Insbesondere dann, wenn sie im Paket daherkommen, sodass man relativ zielgenau Produkte empfohlen bekommt und diese dann auch zu den eigenen Interessen passen. Robotik spielt eine zunehmend wichtige Rolle, insbesondere in der Lagerhaltung, aber auch heutzutage in Märkten selber, zur Inventarisierung, zur automatischen Inventarisierung, aber auch zur Kommissionierung. Das heißt, für Bestellungen von Kunden, die online bestellen und wo die Produkte im Markt selber zusammengestellt werden müssen, um dann in den Versand zu gehen.